Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen. Da ich bereits sämtliche Herausforderungen fertig habe, außer zusätzliche Ziele Prestige, habe ich gedacht, probiere ich jetzt da mal so viel wie möglich zu erreichen und so weit wie möglich zu kommen. Schauen wir mal, wie gut das klappt. Ich werde mich jetzt hier gleich ins Untergeschoss verkrümeln, da ist meistens eine Angel, denn ich muss noch etliche Waffen angeln für diese Prestige-Herausforderungen. Das werde ich wahrscheinlich bis Ende der Season, ja wenn es der 20. Februar sein sollte, wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich probiere es halt mal. So, das klappt jetzt leider nicht so wie gedacht. Ich sehe zu, dass ich jetzt Richtung, ja, mehr in die Mitte komme, weil die Zone wird ja gleich ein bisschen enger und eventuell finde ich noch eine andere Stelle, wo ich angeln kann. Ich versuche jetzt hier die Richtung einzuschlagen, Richtung Zappler-Teich und da sollte es dann ja noch einen Teich mit einer Angel geben, dann probiere ich es da nochmal. Aha, Schüsse, heißt also Gegner sind nicht weit. Ich würde sagen, die sind auf der Hauptstraße hier gleich, wo der Respawn-Bus ist, würde ich sagen, vom Geräusch her gehe ich da jetzt mal hin und dann kämpfe ich halt mal ein bisschen mit, weil Kills muss ich ja auch noch machen, man muss ja etliche Gegner, ich glaube 1000 Stück töten, da fehlen mir auch noch ein paar. Dann gehe ich da mal hin und schmeiße mich ins Gedümmel. Waren das nur zwei Bots, die gegeneinander gekämpft haben? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Beide haben nur eine Wand gebaut oder hier ist noch ein dritter Gegner, den wir angegriffen haben. Also das war jetzt äußerst dubios. Ah, da hätte es noch einer. Gucken, ob das jetzt ein echter Gegner ist. Oh, schade. Daneben. Baut aber auch noch eine Wand hier. Ganz seltsam. Also kurios. Also jetzt bin ich hier ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Ist das jetzt wieder ein Bot? Weil ich dachte immer, Epik stellt keine Bots mehr zur Verfügung, je höher man kommt. Also ist sehr seltsam. Gut, hier sind Angeln. Na, ich gehe noch ein Teich weiter und versuche da nochmal mein Angenglück. Ich gehe noch ein Teich weiter und versuche da nochmal ein Teich weiter. Tja, ich kann ja jetzt nur noch Angeln und Kills machen. Länger leben als die Gegner. Viel bleibt mir ja nicht mehr übrig. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ich die Prestige-Herausforderung, zusätzliche Ziele bis Ende der Season nicht voll kriegen werde. Das ist einfach zu viel. Ein Teil davon habe ich schon voll. Habe auch schon jeweils die 800.000 EPs gekriegt. Aber einige fehlen mir halt noch. Und das denke ich, werde ich nicht schaffen. Ach, der nächste Gegner. Mal gucken, ob das wieder ein Bot ist. Ah, schade. Ja, baut eine Schräge, nur eine. Hm, da steckt sich. Sehr seltsam. Schießt er auch wirklich. Naja, ich glaube, das ist jetzt kein Bot. Er hat auch getroffen. Bei Bots ist ja meistens so, dass die ersten Schüsse nicht so wirklich treffen. Na. Aber ein Bauen tut er sich auch nicht. Aber er baut auch keine popelige Wand. Vielleicht denkt er auch, dass ich ein Bot bin. Sehr seltsam. Gucken, wo er jetzt hinflitzt. Und dann gehe ich da hinterher. Muss ja eh in die Richtung. Also das wäre jetzt komisch. Warum hat er sich jetzt nicht umgedreht zu mir? Egal. Passiert mir ja manchmal auch, dass ich weglaufe und vergesse, mich umzudrehen oder hinter mir eine Mauer zu bauen. Er hat wahrscheinlich gedacht, dass ich ihn nicht sehe. Oder er hat versucht, hier in den Busch zu laufen. Oh, jetzt werde ich aber angegriffen. Nur, ich habe jetzt dicht gesehen, von wo die Schütze kamen. Nochmal gucken. Ah ja, von hinten also. Oh. Ja, jetzt habe ich persönlich V gedrückt. Und zwei Pyramiden gebaut. Das wollte ich gar nicht. Ah, da hinten. Das sind aber scheinbar zwei. Ja, das ist einer. Und der bekämpft sich, würde ich sagen, mit jemand anders am Haus. Jetzt warte ich am besten mal, bis die sich beide klein gekriegt haben. Dann kann ich da hin 100er Hit. Das ist doch nicht zwei, doch. Irgendwas war da. So, aber ich sehe jetzt glaube ich zu, dass ich weiter Richtung Holly komme. Ich nehme an, dass da die Endzone auch ist. Oder Teil der Endzone. Ich nehme an, dass da die Endzone auch ist. Ah, Mist. Leicht getroffen. Habe ich gesehen. Das war glaube ich 85er Hit, war das glaube ich. Habe ich gar nicht so schnell gesehen, die Zahlen. No, Glück gehabt. Im richtigen Moment hochgesprungen. Na, steht da oben drin. Nee, wo ist er? Tja, wo? Wurde jetzt ins Haus gelaufen. Egal. Ich sehe zu, dass ich wieder Holly komme. Versuche dann da entweder auf einem Haus oder hinter einem Haus High Ground zu bekommen. Na, schade wird auch angegriffen. Ah, das wird da stehen bleiben. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, die kriegen sich. Ich vermute, das ist der Gegner von vorher. Der jetzt hier mit... Das sind beides die von vorher, glaube ich. Die Skins. Und jetzt kriege ich Hits von hinten. Gott. Vermute hinter der Hecke hier irgendwo. Oder auf dem Haus. Muss ich da schnell hoch. Wo? Ach, unter mir. Jetzt klemmt die Tante auch noch hier. Voll, zack. Ey. Erledigt. Gott. Ich wollte euch durcheditieren, aber hat irgendwie geklemmt. Egal. Das sieht gut aus. Noch acht Gegner. Mal gucken, ob das noch was wird. Schade. Wieder zu hoch. Jetzt muss ich irgendwo mich verstecken. Hunderter Hit. Jetzt kommst du zu mir. Oder soll ich zu dir? Ich gehe zu dir. War hier. Sehr gut. Die Frage, was das wieder war. Ihr guckt mir auch zu. Tja, war das jetzt ein Bot? Ich habe jetzt gar nicht auf die Stärke geachtet, aber geht es schon weiter. Och, Turtles sich ein hier. Und? Place eine Falle. Ja, da gehe ich jetzt rein, oder was? Das glaubst du aber auch nur du. Du kriegst jetzt hier eine Rakete am Kopf. Oha. Also ich wollte nicht noch gehäte. Unverschämtheit. Flitzig ist noch ein bisschen weg. Leider habe ich nichts mehr zu trinken. Ja. Schade. Daneben. So. Noch hier ein bisschen einbauen. Und dann gucken, was jetzt hier Sache ist. Ich glaube, ich stehe hier ganz gut. Damit kriegen sie sich wieder zwei. Sollen die jetzt mal machen. Dann kann ich gleich so ein bisschen abstauben. Wollte ich eigentlich nicht so der Abstaubertyp bin. Aber das kann ich dann ja tun. Sollen sie sich erstmal ein bisschen kaputt ballern. Sollen sie stehen. Okay. Okay. soll jetzt ein hit gekriegt er kriegt jetzt noch ein von oben verteidigt er sich gar nicht das geht ja hallo hat er mich jetzt nicht gesehen was war das jetzt nicht für eine party mein bot wird das nicht gewesen sein ein bot macht in der endzone kein loodrop auf kann ich beim besten will nicht vorstellen so noch vier gegner da muss sich papa jetzt ein bisschen anstrengen dass das hier weitergeht dabei hasse ich das ja immer zu bauen das ist ja nicht so mein ding ich spiele lieber tactical shooter wo man habe ich schon paar mal gesagt wo man die natürliche deko nutzen muss aber was muttert mutter ich hatte gedacht da wäre einer dass ich mich da auch das was ich hasse beim bauen dass man dann teilweise nicht so schnell gucken kann wo die gegner sind so dass da unten mit einem busch glaube ich jetzt kommt irgendwo eine rakete auf mich ich glaube ich bin ein bisschen still damit ich mich besser konzentrieren kann so dass wir als eigene doofheit runtergesprungen und vergessene platte anzusetzen naja gott wie sagt ich bin natürlich bob der baumeister ich stehe da nicht so drauf also muss ich jetzt da wieder hin wo ich den ander grad platt gemacht habe bei dem loodrop da war ja noch ein slurp und dann ist glaubt nicht mir aber hier sehr gut was ich aber diese menschen bisschen bescheuert finde ist dass ich keine anzeige bekommen habe dass ich kills gemacht habe dass die gewertet worden sind für zusätzliche ziele sehr komisch ja noch zwei vor mir ich glaube der einen steht im gelben haus drin habe ich doch richtig sehen das war jetzt besser der sprung so dann noch mal da hoch schnell auch wieder hier in youtube so ein müll man die waffe ist ja nicht schlecht aber wenn man selbst damit angegriffen wird ist die richtig doof aber jetzt wieder klapphalten so muss das sein das war vom feinsten gerade schnell was trinken und dann schnapp ich mir hoffentlich noch den letzten kerl wo kam denn jetzt her glück habt den habe ich nicht gesehen nur gehört so und jetzt muss ich wie ich das gehört diese online dies bauen hasse ich zwar wie die pest aber das tanzen das lasse ich sein ich sage danke fürs zusehen und tschüss bis zur nächsten folge